So, wir kommen zurück. Genau, da haben wir jetzt nur 1.000 Mal gewiped. So, wir laufen auf jeden Fall Pächen rum. Der Ball da ab, ja. Nein! Oh Gott sei Dank. Das war auf jeden Fall schon mal 100 Stufen leichter als das vorige. Wenn es reicht. Was ist hier los? Gut, das ist machbar. Ah, ok. So hat einen kleinen Verzug. Scheiße. Sehr gut. Hat sehr gut geklappt. Mit Bandage. Wie er es gemastert hat. Oh Gott! Ich darf nicht so schnell. Was hab ich mir gleich gedacht hier? Da ist irgendwas jetzt verschwunden. Ich weiß nicht was. Was? Zu den Schlüssen. Die Schlüssen haben wir über den Schlüssen. Ein voller Strich wird vergessen, ja. Das ist ja einfach hier. Ich würde sagen einfach rüberspringen. Genau. Gut. Äh, wo erscheint das Portal jetzt? Gut. Gut. Gut! Äh... Gott! Ja. Das läuft eben auch noch. Sag mir nicht, die Laser verfolgen mich jetzt. Die haben da echt einen Schuss, ja. Wahnsinn. Ok, muss ich langsamer gehen? Oder auch nicht? Ja. So, das gleiche Spiel noch einmal. Schon mal weh, dass die Entwickler eine Meise haben. Waaaaaah! Sehr gut. Ich läuft doch einmal frei. Ja. Okay. Was soll ich das jetzt machen? Äh... Das begreiche ich nicht am Ende. Das hab ich ja schnell... Das hab ich ja schnell... Das hab ich ja schnell gescheckt hier. Aber das ist am Ende. Ahhhh... Ich probier mal. Das wird nix. Jetzt wird's mal zu früh. Oh, das ist halt wieder dünner. Ich hab's noch mal zu früh. Oh! Ich hab's noch mal zu früh. Ich hab's noch mal zu früh. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Das ist mir grad zu hoch Ich weiß es nicht Sobald ich Nee, das schaffst du nicht Nee Achso, ich sollte mal vielleicht mal versuchen So, normalen Sprung Aber kein Doppelsprung Ey, der muss doch irgendeinen einfachen Trick geben Ey, es reicht mit der Zeit nicht Dass der Laser deaktiviert ist So, das kriegen wir uns aber auch hin mit der Zeit schon hier Sobald ich runterslide, bin ich Game Over Ja Wie soll das machbar sein? Muss mit Super Meat Boy gehen Weil Bandagen sind ja einfach nur so, um noch krasser zu hören Ist hier irgendein Stein, der verschwinden tut? Nee Ich brauch jetzt mal einen kleinen Moment Oh Gott Wie hab ich das denn gekriegt jetzt? Wie hab ich das denn bekommen? Was wollte einer sagen? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ah, ist Vielleicht loslegen sollen Das war zu spätisch, oder? Wie hab ich das jetzt hinbekommen jetzt? Einmal hängen geblieben Wird noch nichts Wieder hängen geblieben Wieder hängen geblieben Wie hab ich das gerade eben hinbekommen? Ich hab so gesehen, ich war auf einmal hinten Ich weiß es nicht Es tut mir so leid, Leute Ich hab auf jeden Fall 20.000 Jahre gewartet Und dann auf einmal war ich hinten Ups Ah, zurückspringen da doch hoch Muss ich auf jeden Fall nicht, das ist sinnlos Jetzt war er zurückgesprungen Nee Die haben echt ne Meise an dem Song Die haben echt ne Meise an dem Song Oh, die haben wir halt Diese können wir jetzt auch immer drauf an Ist auf jeden Fall nicht machbar Mit einem Schwung darüber zu gehen Wie hab ich das jetzt gemacht? Ah, jetzt bin ich Game Over Wie hab ich das gerade eben gemacht? Ich hab's Geht alles viel zu schnell? Verkacktes Verkacktes Dreckslevel hier Da steht fest wie's arm in der Kirche, Alter Das geht ja mal gar nicht Der Dreck hier Das ist ja Wahnsinn Ich hab keine Ahnung Wirklich nicht So, du verficktes Ding Nein, sowas nicht Oben war's auch nicht Ich traue mich Kann ich mal den Zweiersprung Jetzt mal Ah, oben war's da eigentlich Man Er hat das sofort aktiv hier Jetzt, denn jetzt hier Normalspringer ist ja sofort aktiv Oben der Lasert ist ja auch schon anvisiert Da hab ich mal oben geguckt Wir sind die Instant gleichzeitig Online Das wollte ich doch gar nicht mal Wenn wir ihn da oben fliegen, ist mein Todesurteil auf jeden Fall Da muss man natürlich warten, bis der Leser wieder unten ist Ah, hingeblieben Ich weiß es nicht Kon closet Kon closet Kon closet Komisch, 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 komisch. Ja, Leute, dann mach ich jetzt erstmal hier einen kleinen Schnitt rein, ich hab keine Ahnung. Macht's gut.